Hallo Kinder, hier ist wieder Frau Hatzock aus der Stadtbibliothek und ich möchte euch heute wieder ein Stück aus dem Buch vorlesen. Alex saß auf dem Boden des Geheimzimmers und starrte wie verzaubert auf das Buch. Er hatte beinahe atemlos jedes einzelne Wort dieses Berichtes in Sicht aufgezogen. Sein Blick fiel jetzt auf die Armbandohr. Schon seit zwei Stunden saß er auf dem Boden vor der Truhe. Gleich würden seine Halbschwestern nach Hause kommen, zusammen mit Oma Ilse. Es wurde Zeit, den Raum wieder sicher zu verschließen. Langsam stand er auf. Er drehte sich zum Lichtschalter herum, aber im selben Moment geschah ein Unglück. Der Boden unter ihm gab mit einem lauten Krachen nach und Alex versank zwischen den Dielen. Er schrie auf und suchte mit den Beinen nach Halt, doch die zappelten bloß in der Luft. Zwischen dem Dachboden und der obersten Etage musste es noch einen Hohlraum geben. Nicht selten in so alten Häusern. Verflixt, sagte Alex. Oma Ilse hatte ihn zwar gewarnt, dass es hier oben gefährlich sein könnte, aber von Löchern im Boden hatte sie nichts gesagt. Er versuchte sich loszureisen, sich hochzustemmen, doch es half nichts. Der Boden gab ihn nicht mehr frei. Unter Stöhnen und Ächzen mit größter Anstrengung gelang es Alex, sich nach oben zu sehen. Er versteckte die Aufzeichnungen seines Großvaters unter seinem Kopfkissen. Erst dann lief er nach unten und setzte sich zu seiner Familie an den Tisch zum Mittagessen. Die Mädchen schnatterten ohne Pause, doch Alex hörte ihm gar nicht zu. Sein ganzes Interesse galt allein der magischen Geschichte in Opas Buch. Er konnte es kaum erwarten, bis er endlich aufstehen und in sein Zimmer hechten konnte, um das Buch hervorzuholen und weiterzulesen. Der Ritt durch die Wüste war beschwerlich. Die Sonne brannte unbarmherzig vom Himmel. Trotz des Tuches, das Sali sich um den Kopf gebunden hatte, fand der Sand einen Weg, sich in seine Haut zu bohren. Der Junge stapfte durch die Hitze, während der reiche Mann breit auf einem der Kamele saß und sich durch die Wüste fahren ließ. Es brauchte nicht lange, da sahen Sali und der Fremde die Türme der Stadt. Das Haupttor war nicht mehr fern. Ihr habt die Kamele gar nicht gewechselt, sagte Sali, kurz bevor sie das Tor erreicht hatten. Ich dachte, ihr wolltet alle drei ausprobieren. Nicht mehr nötig. Ich habe mich bereits entschieden. So, und welches Tier nehmt ihr nun? Das verrate ich dir, wenn wir in der Stadt sind, antwortete der Alte und seine Stimme ließ Sali erschaudern. Sali hatte das Ehrenwort dieses Mannes bekommen, aber er fühlte, dass irgendetwas nicht stimmte. Er musste auf der Hut sein. Daher führte Sali den Mann bis dicht vor das Stadttor. Dort blieb er stehen und verlangte sogleich den roten Edelstein. Er wollte sich nicht betrügen lassen. So war es vereinbart, sagte er zu dem reichen Mann. Ihr dürft die Kamele erproben und ich darf auch diesen Edelstein prüfen. Der Blick des Alten wurde grimmig. Sali begann sich zu fürchten. Dennoch blieb er standhaft. Mit ausgestrecktem Arm sagte er, so war das Geschäft. Der Fremde kam nah an Sali heran, so nah, dass Sali tief in dessen Augen blicken konnte. Und wieder erschrak er. Das Schwarze im Linken seines Auges hatte die Form eines Dreiecks. Daran konnte man sich nicht gewöhnen. Hier stimmte etwas ganz und gar nicht. Sali trat einen Schritt zurück. Worauf hatte er sich eingelassen? Er wollte von seinem Plan zurückweichen, wollte die Flucht ergreifen. Doch genau in diesem Moment willigte der Fremde ein. Er gab Sali den Edelstein mit den Worten. Du tust gerade so, als würde ich behaupten, man könne mittags die Sterne sehen. Ich bleibe bei meinem Wort. Geschäft ist Geschäft, nicht wahr? Sali nickte und war glücklich, als der Fremde wieder auf das Kamel stieg und Sali das Dreieck in seinem Auge nicht mehr erkennen konnte. Eilig trat er durch das riesige Stadttor und führte die Kamele mit dem eigenwilligen Fremden durch die Straßen bis zum Marktplatz. Großartig, sehr schön. Jetzt am Marktplatz angekommen, stieg der Alte von dem Kamel herab. Das hast du ganz gut gemacht und nun gib mir den Stein zurück. Nein, wir haben eine Abmachung, erwiderte Sali und hielt den Stein mit beiden Händen fest umklammert. Ja, aber ich habe mich anders entschieden. Ich brauche kein Kamel mehr. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Siegesgewiss riss der Alte die Arme in die Höhe. Während er sprach, flirrten seine Augen hin und her. Voller Triumph blickte er auf den Marktplatz und versuchte alles, was um ihn herum vorging, in sich aufzunehmen. Einmal hatte Sali den Eindruck, die züngelnden Flammen in den Augen des Alten wieder zu erkennen. Doch er konnte sich auch täuschen. Sali kam ein Gedanke. Warum hatte der Mann nicht ohne ihn die Stadt betreten können? Jetzt gib mir den Stein, schrie der Alte ihn an. Alle Augen der Menschen auf dem Marktplatz waren inzwischen auf sie gerichtet. Eine Unruhe breitete sich aus und Sali kochte vor Wut. Natürlich war er betrogen worden. Sein Gefühl hatte sie ihn nicht getäuscht. Der Mann hatte ihn nur benutzt, um in die Stadt zu gelangen. Er hatte nie die Absicht gehabt, eines der Kamele zu kaufen. Doch so schnell wollte Sali nicht aufgeben. Wir sind gleichberechtigte Partner, das habt ihr selbst gesagt. Wenn ich den Stein schon nicht behalten und nach Hause bringen darf, so kann ich ihn mindestens zwei Stunden lang prüfen. Der Alte riss die Augen auf. Was? Ihr seid zwei Stunden auf meinem Kamel geritten, um es zu prüfen. Nun darf ich genauso lange den Stein prüfen. So haben wir es im Geschäft vereinbart. Der Alte zitterte vor Empörung. Du hast Glück, dass ich an mein Ehrenwort gebunden bin, sagte er und durch die Zähne zischend. Also gut, behalte den Stein für zwei Stunden. Ich habe ohnehin was zu erledigen. Wir treffen uns hier wieder am Marktplatz. Hast du verstanden? Marktplatz, verstanden, rief Sali noch und rannte mit seinen Kamelen davon. Sein Weg führte Sali durch die engen, verwinkelten Gassen dieser Stadt bis hin zu Dalam, seinem Freund, der ein Geschäft für Baumaterial besaß. Dalam, schrie Sali schon von Weitem, komm her, schau dir das an. Aus dem Schatten des Hauses schälte sich langsam der Körper von Dalam. Erst zeigte sich nur die Spitze seines Bauches, dann folgte der restliche Teil, bevor knapp darüber die Nasenspitze auftaucht und dann erst der gesamte Mensch zu sehen war. Dalam war mit Sicherheit nicht der schönste Mann in der Stadt, aber ganz bestimmt einer der nettesten und ein Freund von Salis Familie, der viele gute Kontakte hatte. Du musst mir helfen, Dalam, bat Sali, während er ihn zur Begrüßung an sich drückte. Dann nahm er den kostbaren Edelstein hervor. Dalams Hände zitterten, als er danach griff. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wo hast du denn den her? Lange Geschichte, ich habe aber keine Zeit. Wir müssen los. Kannst du dir vorstellen, für mich zu lügen? Dalam blickte Sali überrascht an. Ich tue alles für dich, mein Freund, das weißt du. Aber warum verlangst du so etwas? Das ist doch sonst nicht deine Art. Sali betonte jedes einzelne Wort, als er sagte, hör mir gut zu. Es geht um einen Handel, den ich mit einem Fremden geschlossen habe. Er hat mir sein Ehrenwort gegeben und trotzdem gelogen. Er hat mich betrogen, Dalam. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich glaube, er führt irgendetwas im Schilde. Er ist listig wie ein Schakal und falsch wie eine Schlange. Und was soll das für eine Lüge sein? Soll ich nicht lieber einen Zoo bauen für all die Tiere? Sali war nicht nach Lachen zumute. Ich darf diesen Stein prüfen und er ist sehr wertvoll, glaube ich. Wenn wir ihn in Stücke brechen würden... Dalam wurde blass. Du willst diesen schönen Stein zerstören? Ja, wir müssen es zumindest versuchen. Vielleicht kann dieser Fremde so aufgehalten werden. Ich weiß, es hört sich komisch an, aber er ist böse. Irgendwie glaube ich, er hat besondere Kräfte. Sein Freund schmunzelte. Du bist doch zu alt, um an Märchen und Legenden zu glauben. Ich weiß, dass es sich seltsam anhört, aber warte, bis du ihn siehst. Er ist unheimlich. Und was willst du mit dem zerstörten Stein tun? Ich werde ihm den zerbrochenen Stein wiedergeben. Anders kann es nicht sein, sonst würde ich mich nicht an unsere Abmachung halten. Aber du musst mitkommen. Er wird sehr wütend sein. Und du bist stark. Vielleicht kannst du mich beschützen. Dalams Augen wurden größer als der Edelstein, auf den er gerade blickte. Ihm den Stein wiedergeben? Och, dich soll einer verstehen. Wieso behältst du ihn nicht selber? Nein, das wäre nicht fair. Ich will nichts annehmen, was mir nicht gehört. Aber ich muss diesen Mann schwächen. Er hat etwas vor und braucht dafür diesen Stein. Wir müssen versuchen, ihn aufzuhalten. Dalam ging in die Hocke und legte beide Hände auf Salis Schultern. Gut, mein lieber Salih, ich helfe dir, den Stein zu halbieren und werde dich beschützen. Salih atmete tief ein. Er hatte jetzt einen Freund an seiner Seite. Voller Angst erreichte der kleine Salih den Marktplatz. Die Straßen waren mit Menschen überfüllt. Alle waren in großer Aufregung. Sie standen dicht beieinander gedrängt und schimpften und schrien in die Richtung des Stadtbrunnens. Salih ahnte schon, wer für diese Aufrufe verantwortlich war. Er bahnte sich einen Weg durch die Menschenmenge, dicht gefolgt von seinem Freund Dalam. Das war gar nicht so einfach, weil er zusätzlich seine drei Kamele am Strick mitführen musste. Plötzlich ertönte ein kreischendes Lachen. Es klang beinahe wie Krähengeschrei. Die Stimmung war gefährlich. Die Menschen waren aufgebracht. Eine wogende Masse voller Hass. Am Brunnen angekommen, erkannte Salih die Ursache. Der alte Mann stand dort selbstsicher und triumphierend, so wie Salih ihn verlassen hatte. Ihm gegenüber befanden sich mehrere schimpfende Männer. Die ganze Menge tobte vor Wut und all diese Wut war nur auf einen einzigen Menschen gerichtet, den reichen Fremden. Es war dir verboten, hierher zurückzukommen, rief einer der Männer. Und ein anderer sagte, es war dir sogar unmöglich. Nur für dich wurde ein mächtiger Fluch erschaffen, der es dir verbot, jemals wieder allein einen Schritt durch unser Stadttor zu setzen. Wie hast du das doch dennoch geschafft? Der alte grinste über das ganze Gesicht. Ich habe mich an eure Vorgaben gehalten. Ich konnte nicht allein in eure Stadt gehen. Aber hört, ihr einfältigen Leute, ich bin nicht hereingegangen. Ich bin geritten. Und ich war auch nicht allein. Mit einem erneuten Auflachen drehte er den Kopf in Salis Richtung. Nun verstand der Junge, wie und warum der alte ihn ausgetrickst hatte. Ohne es zu wissen, hatte Salis ihn in die Stadt gebracht, aus der er einst verbannt worden war. Du hast unseren Brunnen vergiftet, schimpfte einer der Männer. Kinder und Alte sind gestorben. Du hast unser Vieh getötet, damals vor vielen Jahren. Und all das nur, um deine Macht zu stärken. Geh, niemand möchte dich hier sehen. Oh, ihr werdet euch an meinen Anblick gewöhnen müssen, erwiderte der Alte mit einem bösartigen Grinsen. Denn ich habe jetzt mehr Macht als je zuvor. Alles, was ich dazu brauche, ist mein roter Edelstein. Wieder schaute er Salis an. Du kommst mir gerade recht. Gib mir meinen Stein zurück. Deine Prüfzeit ist um. Plötzlich waren alle Blicke auf Salis gerichtet. Sein Gefühl hatte ihn nicht getäuscht. Dieser Mann war böse und er hatte noch Böseres vor. Gut, dass er Dalam an seiner Seite hatte. Um sie herum begannen die Leute sich zu wundern. Sie fragten sich allesamt, wer dieser fremde Junge war. Zum letzten Mal gib mir den Stein. Die Stimme des Alten klang sehr schroff. Salis nahm all seinen Mut zusammen und hielt dem Alten den halbierten Edelstein entgegen. Der Fremde traute seinen Augen kommen. Was ist das? Was hast du getan? Dalam trat an den Fremden heran. Er hat ihn geprüft. Ich kann es bezeugen. Und dabei ist er zerbrochen. Der Fremde wollte nicht glauben, was er hier zu hören bekam. Seine ganze Gestalt fiel in sich zusammen. Der Stein, mummelte er zu sich selbst. Zerbrochen. Die ganze Magie des Steins. Verloren. Ich, ich. Du verflickst du, sagte er und hob die Augen und sah dabei Salis ganz scharf an. Und die Wut in seinen Augen war endlos. Das Dreieck schien rot zu leuchten. Er trat auf Salis zu, doch Dalam ging dazwischen. Noch bevor der Fremde etwas sagen konnte, wandte sich Salis um und rannte davon. Den halbierten Edelstein hatte er dem Alten entgegengeworfen. Geschickt hatte der ihn in der Luft aufgefangen. Doch er würdigte den zerbrochenen Stein keines Blickes. Seine Augen blieben fest auf den rennenden Jungen geheftet. Er sprach einen Fluch in einer Sprache aus, die niemand um ihn herum verstehen konnte. Die Hand mit dem zerbrochenen Edelstein streckte er dabei in die Höhe. Dann ging er an Ort und Stelle in Flammen auf. Flammen ohne Rauch. Erst begannen sie in den Augen des Alten zu glimmen, dann aber griffen sie über auf den ganzen Umhang, den Turban und schließlich auf den Menschen. Nicht einmal ein Geruch nach Feuer blieb zurück. Von einem Moment auf den anderen war der Mann verschwunden. Die Menge schaute sich erst verwirrt um. Dann brandete ein riesiger Jubel auf. Die Menschen klatschten in die Hände, manche tanzten oder fielen sich in die Arme. Salis hörte das Jubelgeschrei und er verstand, dass die Gefahr vorüber war. Schnell rannte er zurück zum Marktplatz, wo ihn einer der Männer herzlich empfing. Du hast uns gerettet, sagte er. Ein kleiner Mann, aber ein großer Held. Dir verdanken wir unser Glück, wahrscheinlich auch unser Leben. Mit erhobener Hand brachte der Mann die Menge zum Schweigen. Salis begriff, dass er wohl einem der Stadträte gegenüberstand. Dieser Mann hatte etwas zu sagen. Er war es, der Salis die Augen öffnete. Du hast gerade einen Djinn besiegt, einen Geist. Argus wird er genannt. Schon lange möchte er diese Stadt regieren und das ganze Land um uns herum. Vor Jahren hat er uns das Leben schwer gemacht, doch es gelang den Stadtältesten, ihn zu verbannen. Argus ist ein Djinn, Junge. Verstehst du? Einer, der Feuer ist. Feuer ohne Rauch. Und du hast ihn vertrieben. Du hast dem Zauberstein, den er heute bei sich trug, die Macht genommen. Du bist ein Held, Junge. Ein großer Held. Und wieder brandete Jubelgeschrei auf. Salis wurde lauthals gefeiert und erst allmählich dämmerte ihm, was passiert war. Sein Gefühl war richtig gewesen. Dieser Mann war gefährlich und hatte Schlimmes im Sinn gehabt. Und er, Salis, hatte ihn vertrieben. Er sah fassungslos zu seinem Freund Dalam. Der musste so sehr lachen, dass sein großer Bauch bebte. Doch das war leider nicht das Ende der Geschichte. Als Salis an diesem Abend seine Kamele nach Hause führte, war er erfüllt von Glück. Ständig sah er die jubelnden Menschen vor sich, die ihm dankbar auf die Schulter klopften. Weil Salis so tief in seine Gedanken versunken war, bemerkte er nicht, dass er verfolgt wurde. Immer wieder züngelten hinter ihm auf dem Weg einige Flammen hervor, von denen kein Rauch aufstieg. Erst als sie direkt vor ihm aus dem Boden schossen, schrie Salis entsetzt auf. Argus! Die Flammen tanzten in die Höhe, bis ihre Spitzen über Salis Kopf flackerten und sich daraus der dürre Körper des Dschins formte. Argus stand direkt vor und blickte ihn wütend an. So, du hast also meinen Namen erfahren. Ich schweig, du Elender. Du hast mich überlistet. Du hast mich tatsächlich daran gehindert, die Stadt zu übernehmen. Das hier, er zog aus einem Beutel die Hälften des tiefroten Edelsteins hervor. Das war wirklich geschickt von dir. Die Stadt hast du so vielleicht gerettet, aber dich nicht. Dich kann nichts mehr retten. Angst machte sich in Salis breit. Was habt ihr vor? Sein Blick fiel auf ein Licht in der Ferne, auf eine Feuerstelle, die sich nicht weit von hier befand. Salis wusste, dass dies die Feuerstelle vor seinem Zuhause war. Der Alte folgte seinem Blick. Denk nicht einmal daran, Salis. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Plötzlich stießen aus Argus Händen Flammen hervor. Flammen, die nicht heiß, aber so grell waren, dass sie Salis in den Augen schmerzten. Schnell hielt der Junge sich die Hand vor das Gesicht. Irgendetwas passierte mit ihm. Es zischte in seinen Ohren und seine Haut fühlte sich an, als sei er in einem See aus Nadeln gefallen. Doch dann war alles still. Als Salis die Augen öffnete, fand er sich in einem Käfig wieder. Der Boden und die Wände schienen eins zu sein. Salis streckte die Hände aus und berührte glattes Gold. Er schaute sich um. Anscheinend befand er sich in einem Raum, der wie eine Kugel geformt war. In den Wänden fanden sich kleine Öffnungen, durch die er nach draußen schauen konnte. Und mit einem Mal verstand er. Entsetzt schrie Salis auf. Doch ebenso schnell verstummte er wieder, als ein riesiges Augenpaar zu ihm hineinschaute und die Stimme von Argus zu hören war. Na, wie gefällt es dir darin, kleiner Salis? Salis sprang auf die Füße, verlor auf dem unebenen Boden aber das Gleichgewicht und fiel wieder hin. Bitte nicht, rief er noch aus. Doch Argus schüttelte den Kopf. Die Rache eines Dschins gilt ewig, sagte er. Und dann schüttelte er mit seinen riesigen Händen den runden Käfig so, dass Salis hin und her geworfen wurde. Allerdings waren nicht Argus' Hände riesig, sondern Salis war geschrumpft. Du bist nun wie ich, also beinahe, nur ohne die Macht. Und du bist gefangen, ein kleiner gefangener Gin, ein Geist in einer Kugel. Du darfst dich geehrt fühlen. Du steckst nicht in einer Lampe oder einer Dose, sondern in einer sehr mächtigen Zauberkugel. Argus kicherte boshaft. Du bist ein gefährlicher kleiner Junge. Daher werde ich dich nicht nur in ein Gefäß sperren, sondern ich werde dieses auch noch mit einem Fluch belegen. So kannst du nur mit einem mächtigen Zauber befreit werden. Also wird dein Leben in dieser Kugel ziemlich einsam werden. Salis setzte sich. Sein Körper verkrampfte. Luft wich aus seinen Lungen. Doch Argus war noch nicht fertig. Ich habe dich verkleinert und dort hineingesperrt, mein Lieber. Diese Kugel ist wirklich ein altes Kunstwerk. Sie ist mir vor Jahren in die Hände gefallen. Lange habe ich gewartet, um die ideale Verwendung für diese Zauberkugel zu finden. Dreimal darfst du raten, Salis. Du bist die ideale Verwendung. Bitte nicht, flehte Salis leise aus seinem winzigen Gefängnis. So spät. Dies ist nun dein Zuhause auf ewig und höre meinen Schwur. Die Stimme des bösen Mannes wurde ernst und tief, als er die zwei Hälften des roten Steins hervorhob und zusammen gegen die Kugel presste. Fortan wirst du ein Gin sein und nichts anderes wollen, als deinem Besitzer zu dienen. Diese beiden Hälften der Macht werden nun wieder vereint und sollen das Siegel bilden, das deine ewige Gefangenschaft sichert. Der Edelstein wird ein Schloss zu deiner kleinen Welt. Er ist ein unglaublich mächtiger Stein mit einer unwiderstehlichen Anziehungskraft. Alleine sollst du in deiner Kugel hochen und darüber nachdenken, was du getan hast. Ausreichend Zeit steht dir zur Verfügung, denn ich denke, dass du die nächsten Jahrhunderte in dieser Kugel verbringen wirst. Dafür wird dieser Fluch sorgen. Ein Mensch kann dich nur erlösen, wenn er der Anziehungskraft dieses Steins widersteht, was sehr unwahrscheinlich ist. Denn noch einmal, ich kenne einen Zauberstein mit einer stärkeren Kraft. Jeder, der ihm erliegt, wird auf immer in ein Kamel verwandelt. Es schien, als ob seine Augen stärker funkelten, als er hinzufügte. Sollte aber doch eines Tages jemand dem Stein widerstehen und die Zauber kennen, um dich aus der Kugel zu befreien, so wirst du ihm, nach alter Geistersitte, drei Wünsche erfüllen. Erst danach bist du erlöst. Doch, glaube mir, ich kenne die Menschen und ich kenne ihre Gier. Sie werden allesamt nur nach dem Edelstein greifen. Sali schlug gegen die Wände seines Gefängnisses. Das könnt ihr doch nicht machen. Bitte. Argus zeigte sich nicht beeindruckt. Du hast nun einige tausend Jahre Zeit darüber nachzudenken, ob es sinnvoll war, sich mit mir anzulegen. Und glaube mir, ich werde dein Dasein überwachen. Ich werde stets ein Auge auf dich haben. Er hob eine Hand in die Höhe. Siehst du diesen Ring? Er wird blinken und glitzern, wann immer jemand deine Kugel findet. So wache ich stets über dein Unglück, kleiner Sali. Denn niemals mehr sollst du glücklich sein. Und niemals wirst du deinen Besitzer warnen. Solltest du es versuchen, verlierst du deine Stimme. Also schweig und beobachte und hoffe. Damit verschwand das Gesicht des Mannes vor der Zauberkugel. Er nahm sie mit sich. Wortlos streiften sie durch die Wüste. Tagelang. Bis Argus in eine Stadt kam, wo er die Kugel für wenig Geld verkaufte. Sali in seinem Gefängnis schwieg. Er hatte immer nur ein Bild vor den Augen. Die Feuerstelle von seinem Zuhause. Das Letzte, was ihm von seiner Heimat geblieben war, bevor Argus ihn mit sich genommen hatte. Er wusste, dass er sie nie wieder sehen würde. Für Jahre, für Jahrhunderte, für alle Ewigkeit. Und wenn ihr den nächsten Teil der Geschichte hören möchtet, dann schaut einfach wieder rein. Bis dahin. Tschüss.